Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Noch was auf die Pommes drauf? Was kostet es denn? 30 Cent! Dann ein halbes Hähnchen! Fragt mich einer auf Ebay Kleinanzeigen, ob ich das Sofa auch in einer anderen Farbe habe. Mein Lieblingsplatz ist ganz dünnes Eis. Bin halb Grieche. Väterlicherseits. Von einer Frau einen runtergeholt zu bekommen, ist wie Paralympics schauen. Du bewunderst sie dafür, weißt aber, dass du es besser kannst. Ich habe erst kürzlich einen Freund bei einem fürchterlichen Unfall verloren. Er hat sich den Finger in einem Ehering eingeklemmt. Meine Freundin und ich praktizieren S&M. Sie schläft, ich masturbiere. Es gibt keinen Weg, wütend Seifenbläschen zu sagen. Seifenbläschen! Wenn ich mir eine Voodoo-Puppe bastle und mich draufsetze, kann ich denn überhaupt wieder aufstehen? Wie stellt man den Schwierigkeitsgrad bei Tinder ein? Um zu verstehen, warum manche überall ihren Senf dazugeben, muss man lernen, wie eine Bratwurst zu denken. Lebe jeden Tag, als wärest du das Letzte. Das Schlimmste daran, eine Giraffe zu sein, ist die Menge an Zeit, die man hat, um über seine Fehler nachzudenken, während man um Treibsand versinkt. Das frühe Vögeln entspannt den Wurm. Neben der Freundin im Bett furzen, Licht anmachen und genüsslich schmunzeln, wenn sie ihre müden Äugelang unter der Bettdecke schützen möchte. Da bestellt man beim Mediamarkt einen Drucker und soll zur Abholung den Abholschein mitbringen. Ausgedruckt. Arbeiten sie auch wieder für die Miete ihrer Wohnung, die sie kaum nutzen, weil sie die meiste Zeit für die Miete ihrer Wohnung arbeiten? China isst, wenn eine Milliarde Menschen dein iPhone 10 entsperren können. Eröffne ein chinesisches Restaurant. Was haltet ihr von dem Slogan, gestern gemiaut, heute mit Kraut? Meine Mutter hat heute gesagt, ich soll mir endlich mal eine Freundin suchen. Mir ist fast der Staubsauger runtergefallen. Warum ging der Luftballon kaputt? Aus Platzgründen. Heute Abend habe ich ein Date mit einer heißen Asiatin, aber ich fürchte, sie wird mich nicht wirklich mögen, denn ich habe leider keinen verpixelten Penis. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Masterjam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.